Herzlich Willkommen am 4. Dezember zu unserem Weihnachtsgrippen-Adventkalender. Der Verkündigungsengel verkündet schon die frohe Botschaft, nur sind bisher noch keine Hirten eingetroffen in der Krippe. Aber schauen wir mal, was sich im vierten Sackerl unseres Adventkalenders befindet. Weil ich in den Nachrichten immer wieder gefragt werde zu unserem Adventkalender, zu diesem holzgeschnitzten Schaukelpferd, das ist leider ein Familienerbstück und nicht zu verkaufen. Aber es ist grundsätzlich möglich auch so ähnliche Adventkalender zu schnitzen. Schreiben Sie mir dazu bitte einfach ein E-Mail, die E-Mail-Adresse finden Sie unten in der Videobeschreibung. Und jetzt bin ich schon gespannt, was sich im nächsten Sackerl befindet. Nämlich der erste Hirte unserer Weihnachtsgrippe. Der Hirte mit zwei Schafen in dem Fall. Den zeige ich vielleicht kurz her. Das ist ganz herzig gemacht. Er hat nämlich ein Schaf zu seinen Füßen und auch ein Schaf am Rücken. Und der folgt der frohen Botschaft des Verkündigungsengels und kommt jetzt auch in die Krippe. Am besten in einer Position, dass er Richtung Verkündigungsengel schaut. Aber Sie können natürlich Ihre Krippen dann einrichten, wie immer Sie das wollen. Und ja, an dieser Stelle vielleicht nochmal die Einladung zu unseren Weihnachtsmarktständen. Wir haben ja auf der Freihunum Spittelberg in Wien einen Adventmarktstand. Und die sind noch geöffnet bis zum 23. Dezember. Und die Öffnungszeiten finden Sie natürlich auch verlinkt unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Zusehen und bis zum nächsten Mal.